Also unter dem Strich haben wir diesmal für die Kultur 740 Millionen bewegt. So viel haben wir noch nie gewählt. Man muss wissen, dass der Kulturhaushalt 1,3 Milliarden sind. Und dann ist das eine erhebliche Steigerung, die sich auf ein paar Jahre verteilt, weil da auch Baumaßnahmen dabei sind. Aber es ist eben echtes Geld für die Kultur. Das größte Volumen haben sicherlich die Baumaßnahmen. Wir haben in dem Bereich Tanz das Piener Bausch Zentrum jetzt ausfinanziert, was wir hälftig mit dem Land Nordrhein-Westfalen finanzieren. Das sind knapp 30 Millionen Euro. Es gibt Museumsneubauten und eine ganze Reihe Denkmalschutzmaßnahmen. Aber es gibt auch lebendige Kultur, wenn man so will. Und zu dem Bereich Tanz haben wir einiges klargemacht. Wir haben die Produktionshäuser, die sieben bedeutenden Produktionshäuser in Deutschland, gefördert für drei Jahre mit jeweils pro Jahr 4 Millionen Euro. Und wollen damit auch einen Effekt erzielen, dass sie sich vernetzen und sie gemeinsam Produktionen machen, sodass es einen Mehrwert gibt. Also bisher war es ja immer so, dass wir begründet haben, dass Kultur die günstigste Werbemaßnahme ist, die es gibt für unser Land. So viel Werbung müssen wir im Moment ja gar nicht machen. Jetzt geht es darum, dass Kultur, wenn man sich integrieren soll, muss man ja fragen, wo rein denn? Und integrieren in eine Konsumgesellschaft wäre ein sehr langweiliges Angebot und bringt auch keine Integration. Das heißt, über Kultur kann ich nur die Integration erfahren. Und es gibt Bereiche der Kultur, die keine Sprachbarrieren haben. Das ist Musik und Tanz. Also man kann sicherlich noch eine ganze Menge tun. Ich glaube, dass wir im Tanzbereich und auch im Musikbereich noch weit hinter dem sind, was wir im Film bereits aufgebaut haben. Aber in den letzten Jahren hat es ja eine kontinuierliche Steigerung gegeben. Und man muss auch jedes Mal sagen, im Ergebnis hat sich das auch gerechtfertigt. Und die Aufgabe des Bundes ist ja nicht, die Länder- und kommunale Förderung zu ersetzen, sondern Neues, Innovatives und Exzellenz zu fördern. Und das ist auch im Tanzbereich gut gelungen. Das ist ja das, was beim Pina Bausch Archiv gemacht wird. Eine Digitalisierung und dann die Zurverfügungstellung, die ist natürlich schwieriger, als wenn man Bücher digitalisiert. Und gleichzeitig ist dort ein sehr, sehr großer Fundus zu heben in Deutschland und sicherzustellen, wir haben jetzt den vierten Abschnitt gefördert. Das heißt, wir gehen davon aus, dass beim Pina Bausch Archiv danach das Parlament zumindest nicht mehr initiativ werden muss. Und dann auch natürlich mit dem Impuls, dass wir das Zentrum bauen, dass es dann in eine Regelförderung übergeht. Es geht gar nicht mal darum, dass mich irgendetwas begeistert, weil das Spektrum ist so breit. Sondern was mir wichtig ist, dass wir die Kreativität fördern. Und Tanz ist eine geniale Ausdrucksform, genauso wie Musik. Und von daher wäre es schade, wenn nur wenig Menschen damit in Berührung kommen. Musik 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 Vielen Dank.